Und jetzt das Phänomen Dagobert. Wir beleuchten, warum Reichtum manchmal glücklich, aber immer einsam macht. Zusammen mit Dennis Scheck. Kulturzeit Extra, jetzt in Dreisat. Wir kommen jetzt zum Inbegriff des Reichen, zum Kapitalisten par excellence. Und das ist klar, Dagobert Duck in seinem legendären Geldspeicher badet er im mit Goldmünzen gefüllten Schwimmbecken. Seinen Angestellten zahlt er ihren ohnehin schon mickrigen Lohn trotz dieser Fülle nur widerwillig aus. Zeitungen fischt er aus dem Müll, statt sie zu kaufen. Und als Dagobert dann irgendwann doch Geld ausgeben muss, weil sein Speicher aus allen Nähten platzt, da engagiert er Donald. Der bemüht sich nach allen Regeln, jede Menge Münzen loszuwerden. Doch letztlich landet jeder einzelne Taler wieder bei Dagobert, da ihm alle Geschäfte der Umgebung gehören. Dagobert Duck zum Quietschen, komisch. Aber noch viel mehr, wir haben den bekennenden Donaldisten Dennis Scheck gefragt. Na ja, einerseits scheint er ja ein gemütlicher Alper. Er ist ein älter zu sein, so ein richtiger, gutmütiger Onkel. Aber sehr schnell erfahren wir, dass sich hinter seinem Kneiferglas ein abgebrühter Kapitalist verbirgt. Ein hartherziger, kein Mensch, keine Ente mit einem Herzen aus Stein, nein, mit einem Herzen aus Gold. Er ist unglaublich reich. Wozu braucht er diesen Geldspeicher? Na ja, jetzt könnte man sagen, so wie der G-Stock. Es ist einfach ein Phallus-Symbol für seine sublimierte Sexualität. Das ist mir zu einfach. Ich glaube tatsächlich, er braucht den Geldspeicher, weil er darin Geld speichern will. Er hat einfach so viel. Und wenn er eines uns voraus hat, dann ist er so klug, sein Vermögen nicht den Banken anzuvertrauen. Denn wir haben ja die Erfahrung gemacht, was dann geschieht. Und wenn es hart auf hart geht, dann feilt Stagobert auch mit Familien, mit Liedern um alles. Und lässt sie bitterlich bezahlen. Er rettet sie vom Verdursten, nur wenn sie den Preis bezahlen. Und da ist er eben auch Kapitalist, ganz und gar, auch innerhalb der eigenen Familie. Ich erinnere nur an den Perlenschmuggel, den eingestandenen Perlenschmuggel in Asien. Ob das Vermögen, das Dagobert da an sich gerafft hat, nicht im Grunde, wie wir ja aus der Literatur wissen, dass jedes am Anfang eines jeden großen Vermögens meistens auch ein großes Verbrechen steht. Ob es nicht doch eine dunkle Seite in Dagoberts Vergangenheit, in Dagoberts Charakter gibt. Aber ohne Geld, das weiß er, ist er natürlich ein Nichts, ein Niemand. Der nichtsnutzigste Niemand von ganz Entenhausen. Deshalb braucht er sein Geld ja so dringend. Und deshalb ist das Geld und das Gold bei Dagobert ja auch ganz gut aufgehoben. Insofern Daumen drücken, dass die Panzerknacker es nie bekommen.